Sie klappte den Kofferraumdeckel zu und drehte sich zu Kühn um, der wie gelähmt vor ihr stand. »Kennen wir uns?«, fragte sie gespielt freundlich. Offenbar war sie es gewohnt, von fremden Männern angestarrt zu werden. »Ja und nein. Also kennen wir übertrieben. Wir sind Nachbarn.« »Na dann«, erwiderte sie desinteressiert. Kühn drückte mit einer derart angestrengten Beiläufigkeit auf den Entriegelungsknopf für die Kofferraumklappe, am Funkschlüssel, dass ihm dieser Akt grauenerregender Angeberei sofort als Blutstrom in die Schläfen schoss. Zur Strafe öffnete sich der Kofferraumdeckel mit unaufhaltsamer Kraft und stieß gegen den zuoberst auf dem Einkaufswagen liegenden Blumenerdesack. Der Sack setzte sich daraufhin in Bewegung, glitt wie in Zeitlupe vom Stapel und fiel zu Boden, wo er platzte. Ungefähr zwei Kilogramm Erde entwichen sofort und vermischten sich mit dem Regenwasser auf dem Parkplatz zu einer braunen Suppe. »Viel Spaß noch, Herr Nachbar«, sagte die Schöne und drehte sich um. Sie trug schwarze High Heels, die bei jedem ihrer energischen Schritte kleine Wasserexplosionen auf dem nassen Boden verursachten. »Auf Wiedersehen«, sagte Kühn leise und fügte hinzu, »verdammte Scheiße«. Er hob den kaputten Sack hoch und legte ihn ins Auto, wobei noch mehr Erde rausfiel. Er nahm ihn wieder heraus und legte ihn quer über die anderen Säcke zurück auf den Einkaufswagen. Dann zog er den zweiten darunter hervor, worauf der oberste erneut zu Boden fiel und noch weiter aufriss. Kühn sah ein, dass er den kaputten, nicht als letzten Sack zur Schadensbegrenzung ganz oben ins Auto packen konnte und legte ihn daher zuerst hinein. Dann stapelte er die restlichen Säcke obendrauf und fuhr nach Hause. Er stellte sich mit dem Wagen direkt vor die Haustür, was den Anliegern eigentlich verboten war, und trug die Säcke einzeln durchs Haus in den Garten, um sie dort auf den Tisch zu stapeln. Der letzte Sack hatte gut drei Viertel seines Inhalts verloren, bis er ankam. Der größte Teil lag im Auto, der Rest in Flur und Wohnzimmer. Kühn beschloss, dass er das Auto in diesem Zustand nicht zurückgeben konnte. Er fuhr drei Kilometer zur Waschstraße, um den Kofferraum zu saugen. An der Kasse erklärte man ihm, dass er nur eine Saugmünze erhalte, wenn er auch wasche. Seinen Einwand, dass es in Strömen regne, beantwortete der Kassierer mit einem stumpfen Na und und deutete auf die Preistafel. Kühn entschied sich für das Programm Glamour Perfekt, weil jemand, der so ein Auto fuhr, niemals die billigste Variante bei der Reinigung wählen würde und kaufte zusätzlich zwei Saugmünzen. Dann fuhr er Dirks Wagen durch die Waschanlage und machte sich daran, den Kofferraum zu saugen, was nicht nur keinen Spaß machte, sondern auch kaum funktionierte, weil die Erde in dem Nadelfilz klebte wie Kriminaldirektor Esser an seinem Stuhl. Kühn fluchte, warf die zweite Münze ein und saugte weiter, getrieben vom lächerlichen Ehrgeiz, Dirk von sich zu überzeugen. Er benötigte insgesamt drei Waschgänge, bei der letzten Durchfahrt entschied er sich vor Wut für Standardglanz und sechs Münzen und saugte mit der letzten auch noch vorne im Auto. Dann war der Wagen außen und innen Picobello. Um zehn vor zwölf gab er Dirk das vollgetankte Auto zurück. Von seiner Säuberungsaktion erwähnte er nichts. Er wollte sich nicht noch einmal zum Idioten machen. Sein Auftritt bei der schönen Rothaarigen hatte schon gereicht. Er holte sich einen Aufnehmer aus dem Keller und ließ Wasser in einen Eimer laufen. Dann putzte er Eingang, Garderobe und Flur und saugte das Wohnzimmer. Um halb eins setzte er sich ermattet auf die Couch und nahm die Zeitung zur Hand. Nichts würde ihn für den Rest des Tages dazu bewegen, noch einmal aufzustehen. Nichts außer seinem Handy. Er musste es erst suchen und fand es in seiner Jackentasche. Nach dem achten Klingeln ging er dran. Thomas, hallo. Er hatte den Namen seines Kollegen auf dem Display gelesen. Was gibt's denn? Hallo Martin, wir haben eine Leiche. Tötungsdelikt? Ja, männlich, Ende 70, Anfang 80, wurde offenbar erstochen. Eine ziemlich schlimme Sache. Okay, wo muss ich hin? Du musst mir ein Auto schicken, ich hab keins, sagte Kühn und griff nach seiner nassen Jacke. Du wirst kein Auto brauchen. Warum nicht? Wie soll ich denn sonst zum Tatort kommen? Du kannst zu Fuß gehen, das Opfer liegt gleich hinter deinem Garten in der Böschung. Keine 30 Meter von deinem Gartentor entfernt. Keine 30 Meter von deinem Gartentor entfernt.